Hallo, ich bin Nevin Subotic und das ist Hingehört. Hallo Nevin, du bist im Hörbuchstudio. Wie kommt's? Es war eine lange Reise bis hierhin. Vor knapp zweieinhalb Jahren habe ich begonnen dieses Buchprojekt gemeinsam mit Sonja Hartwig zu gestalten und erstmal hatten wir natürlich einen Buchverlag. Jetzt haben wir auch einen Hörbuchverlag an unserer Seite, um das raus in die Gesellschaft zu bringen. Und als mir angeboten wurde, ich darf das Buch selbst vorlesen, war ich einerseits schockiert, aber jetzt bin ich hier, weil ich es unbedingt machen wollte. Dann ist es echt authentisch und es macht auch Spaß, aber es war und ist auch weiterhin, weil ich noch nicht ganz abgeschlossen bin, eine sehr spannende Reise dieses Hörbuch auch zu machen. Was erwartet uns in deinem ersten Hörbuch? Es erwartet euch die Geschichte in mein Leben, in die Lektionen darin und auch die Leitbilder, die mich nach vorne gebracht haben. Es ist zum einen Teil rückblickend auf, wie es war, wie ich der geworden bin, der ich jetzt bin, welche Perspektiven ich dadurch auch eingenommen habe und gleichzeitig blicke ich auch natürlich nach vorne und auf die Hörerschaft. Was kann ich euch auch mitbieten von den Lektionen, die ich mitgenommen habe? Was denke ich, ist relevant für das aktuelle Weltgeschehen und vor allem im Kontext des zivilen Engagements? Was können wir als Menschen tun? Und da möchte ich auch die Lektionen, die ich bisher gelernt habe, auch teilen mit euch. Wie schwer ist es dir gefallen, diese sehr persönliche Geschichte als Hörbuch einzulesen? Ja, da alles wirklich da passiert, das ist mein Leben gewesen und besondere Momente, vor allem am Anfang des Buches, wo es um mein Leben, meine Eltern, meine Schwester geht, auch schwierige Zeiten, die wir hatten, an die ich ungern nachdenke, aber die trotzdem formativ waren und deshalb erzählen muss, die sind schwer. Da mache ich gerne mehr Takes, weil ich merke, bevor ich überhaupt lese oder wenn ich schon anlese, da werden die Emotionen in mir wahr. Natürlich sind auch sehr schöne Momente miteinander verbunden am Anfang. Und in der zweiten Hälfte des Buches geht es um die Ungerechtigkeit auf der Welt mit einem Beispiel von Zugang zu sauberem Wasser. Auch das habe ich gesehen, dass Menschen, die eben keinen Zugang zu sauberem Wasser, aus einer Drecksfitze trinken müssen. Und das ist mehr als unmenschlich. Auch das ist, vor allem wenn man sich dann auch die Fakten und Statistiken dazu anschaut und das auch vorlesen muss. Das ist schwer begreiflich, aber da ich selbst vor Ort bin, trifft mich das auch sehr hart. Und ein dritter Punkt dazu, der auch sehr schwer ist, der auch momentan sehr aktuell ist eben, ist der Krieg in Äthiopien. Da verhungern Menschen. Es ist von Vergewaltigung und brutalsten Mord geprägt. Und das ist auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, mich damit auseinanderzusetzen in den letzten eineinhalb Jahren. Und weil es so unmenschlich ist, ist es auch schwer, das dann vorzulesen. Aber ich weiß, es ist wichtig, dass die Leute das dann auch mal hören. Was hat dir Fußball kurz zusammengefasst ermöglicht? Und denkst du, deine Karriere wäre ohne Jürgen Klopp anders verlaufen? Fußball war eine lange Zeit der zentrale Punkt meines Lebens. Also als ich groß wurde, war es schon damals der Zugang zur Gesellschaft für mich und meine Familie in Deutschland, so wie auch in Amerika. Und später habe ich ja auch die professionelle Laufbahn eingenommen. Und das alles zeigt ja, wie sehr es mich geprägt hat, weil mein ganzer Tag wurde dadurch bestimmt und auch größtenteils bewertet. Und Jürgen Klopp war an meiner Seite, als ich 17 war, bis ich, glaube ich, 24 war. Also schon sehr formative Jahre in dem Geschäft und gleichzeitig ist er auch ein Trainer, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz einen prägt. Und das erzähle ich auch in dem Hörbuch, was für ein besonderer Mensch er ist, welche besonderen Momente ich auch mit ihm verbinde. Und deshalb ist er, so wie der Fußball, beides sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens gewesen bisher. Was möchtest du deinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Was können sie aus deiner Geschichte für sich mitnehmen? Ich glaube, die größte Lektion, die man daraus stemmt, ist, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, so wie jeder andere auch. Es gibt die Hürden, die ich in meinem Leben hatte, die vielleicht der einen oder anderen Person ähneln, einer anderen Person vielleicht weniger. Aber trotzdem, die Hürden, die wir einfach in unserem Alltag haben, vor allem dann, wenn wir erwachsen werden und auch dann selbst bestimmen, wer wir sein möchten in dieser wilden Welt. Und weil ich da bestimmte Hürden gemacht habe, bestimmte Lektionen gelernt habe und Erfahrungen auch gemacht habe, liegt darin der Wert des Buchs, finde ich. Weil ich bin jetzt jemand, der vor allem eine globale Perspektive eingenommen hat. Doch es war nicht leicht, da hinzukommen. Denn die Norm ist nicht so. Die Norm ist schön klein und schön auf Deutschland reduziert oder noch lokaler zu denken. Und dieses globale Denken ist eine neue Perspektive, für die es noch keine Anleitung braucht. Und ich hoffe, mit dem Buch da auch ein bisschen zu helfen, wie man da hinkommen kann, diese Perspektive einzunehmen und sich wirklich auch in erster Linie als Mensch zu sehen. Wie können wir alle zusammen alles geben? Um alles zu geben, muss man erst mal sich selbst fragen, was bedeutet für mich alles? Und das bedeutet an sich, einen Perspektivenwechsel einzunehmen. Nicht mehr zu gucken, wie komme ich irgendwie durch den Tag und sehe mich an oberster Stelle, sondern wie kann ich wirklich ein wichtiger Teil der globalen Gesellschaft werden? Wo sehe ich mich in dieser Rolle? Weil da muss man sich unterordnen. Und diese Frage, um alles dann auch zu geben, ist zum Teil eine rhetorische, weil alles geben ist natürlich enorm schwer. Was ist alles und was kann man auch geben, ohne sich selbst dabei irgendwie zu gefährden? Deshalb ist es sehr auf sich selbst gestellt. Es ist eine Fragestellung und gewissermaßen auch eine Anleitung dazu, wie man diese Fragestellung angehen kann, um auch zum Schluss an ein Ergebnis zu kommen, in dem man sich doch Teil der globalen Gemeinschaft fühlt. Danke, Nevin. Super.